In der Weihnachtsbäckerei Von den Blätzchen, die wir lieben Er hat das Rezept, das stimmt Na, dann müssen wir es packen Einfach feiner Schrauze packen Reiß den Ofen an und dran In der Weihnachtsbäckerei Gibt's manche Leckerei Zwischen Mehl und Milch Macht's mancher Gläck Eine riesengroße Gläck Hallo und herzlich willkommen zu unserem Stück der Weihnachtsgast Keiner nimmt Rücksicht Keiner gebracht Jeder denkt doch nur an sich Das bei Tag und Nacht Jeder lässt hier alles liegen Jeder gibt den Handlern Schuld Jeder präsentiert hier Lügen Überall, ja, überall, ja, mehr und hier ist eine Mäste Ich rückworte 40.0 Ich rückworte den Schraub Und hier ist die Lügen Ich rückworte des Schraub Sie sind Gracias, meine Schraub Und hier sind die Lügen Das ist eine wichtige Was ist das denn? Ich muss jetzt endlich den Baum aufschreien. Schaut mal, jeder hat einen dritten Teil des Wäckchen. Oh, mein ist aber klein. Meine liebe Frau, es tut mir leid, dass ich gestern angeschrien habe. Das soll in unserem Leben nie mehr vorkommen. Gleich kann. Ich habe auch eine Karte, lieber Domi, das ist ja von dir. Liebes Brüderchen, Sophie, wegen gestern war blöd von mir. Yvonne, das kann man wohl sagen, aber ist jetzt auch okay. Hi Yvonne, das ist der Zicke bei Domi, kommt nicht mehr vor. Danke, Domi, schöne Weihnachten. Das ist ja von dir, für mich. Liebster, ich habe mich mitreißen lassen. Und Weihnachten ist zu schade für Streit. Ich habe dich. Es ist so leicht, ein böses Wort zu sagen. Es ist so leicht, den anderen dich zu tun. Doch es ist schön, wirklich wunderschön. Bei anderen in die Augen zu tun. Es ist so schwer, ein Stück zurückzugehen. Doch es ist schön, wirklich wunderschön. Bei anderen in die Augen zu tun. Musik Bugs und Popters win, they make the spirits cry. What fun it is to ride and sing and sing, it's not too high. And ching-a-bun, ching-a-bun, ching-a all the way. Oh, was fun it is to ride and ride. Ey, guck mal, meiner war kaputt. Das Karton mit der Opa, oh danke. Oh, zwei Karten fürs Länderspiel, da gab's doch gar keine mehr. Toll. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Ich bin der Weihnachtsgast, da kennen sie mich zu lesen. Dann stammt die Briefe und Päckchen. Ach, die sind von ihnen? Kapierst du was? Noch nie gesehen. Das kann schon sein. Ich habe einfach das gesehen, was ihr jeweils im Entenamt sagen wollt. Aber ihr habt euch das nicht getragen. Stimmt. Die Dach verschenkt, was sich jeder ins Geheimnis wünscht. In der Dunkelheit, wohl zur Weihnachtszeit, macht das Herz sich breit. In dem warmen Licht, liegt die andere Sicht für die A-A-A-A-A-A-A-K-K-Eiht. Da ist ein Frühstück, das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Und diese Hoffnung, sie ist eine Mann, die ist um siehe. Und das ist ein Frühstück, das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Und das ist ein Frühstück, das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Und das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Und das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Und das mit dunkler Nacht uns die Hoffnung schenkt. Bye. 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 Bye.